Am Mikrofon nun also, oh Tarenfleisch! Liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute will ich Ihnen wieder nach denen für die Wächter des Taipeer Gefängnisses ehemalige japanische Wohnheime in Taipei vorstellen, die kürzlich, genauer gesagt Ende letzten Jahres, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Diese Gebäude befinden sich in Nangang im Südosten Taipeis. Als ich das letzte Mal in Nangang war, hatte ich mich von der MRT-Haltestelle Kunjang zu einer Wanderung in den Bergen aufgemacht. Dabei war ich an zwei alten japanischen Häusern vorbeigekommen, die damals gerade restauriert wurden. Diese zwei Häuser, rechts und links der Kunjangstraße, waren Teil von Wohnheimen für den Leiter und die Ärzte des Sungshan Sanatoriums für Tuberkulose-Patienten, das 1915 gegründet worden war. Wenn ich von Wohnheimen spreche, meine ich damit immer Wohnhäuser, die den Bewohnern wegen ihres Amtes, das sie begleiteten, von der Regierung zur Verfügung gestellt wurden. Man darf sich darunter also keine Studentenwohnheime vorstellen. Dies waren vielmehr in den meisten Fällen und so auch hier alleinstehende Holzhäuser. Nachdem die Japaner 1985 gemäß dem Vertrag von Shimonoseki Taiwan als Kolonie übernommen hatten, mussten sie zu ihrem Leidwesen feststellen, dass mehr Soldaten infolge von Krankheiten als infolge von kämpferischen Auseinandersetzungen verstarben. Daher sahen sie sich gezwungen, in Taiwan zunächst einmal eine Politik und ein System der öffentlichen Hygiene einzuführen, was zwischen 1898 und 1920 geschah. Der Erfolg dieser Politik zeigte sich darin, dass sich die Todesursachen der Bewohner Taiwans mit der Zeit änderten. Daher wurden allmählich Zentren für die Krankheitsvorsorge in Zentren für die Behandlung von chronischen Krankheiten umgewandelt. Die japanische Regierung gestattete die Einrichtung von Sanatorien für drei chronische Krankheiten, nämlich Lebra, Tuberkulose und Geisteskrankheiten. 1914 war in Japan das Gesetz zur Vorbeugung gegen Tuberkulose verabschiedet worden, woraufhin im November auch in Taipei mit dem Bau eines entsprechenden Sanatoriums begonnen wurde. Das Sungshan Sanatorium war also das erste, das in Taiwan für Patienten mit Tuberkulose eröffnet wurde. Es befand sich damals am Rand der Stadt Taipei und hatte zu Beginn nur 28 Krankenzimmer. 1925 wurde es dem Generalgouvernement unterstellt und 1930 auf 52 Krankenzimmer erweitert. Außerdem erhielt es einen Röntgenapparat und wurde ans Trinkwasserleitungssystem angeschlossen. 1937 trat das japanische Gesetz zur Vorbeugung gegen Tuberkulose auch in Taiwan offiziell in Kraft, woraufhin auch in Taichung und Tainan entsprechende Sanatorien eingerichtet wurden. Nach einer weiteren Erweiterung 1940 umfasste die Anlage des Sungshan Sanatoriums schließlich das Hauptgebäude, die Diagnose- und Behandlungsräume, ein Gebäude für 80 Krankenzimmer, ein Gebäude für 20 Krankenzimmer, die Küche, das Wohnhaus für den Leiter des Sanatoriums, die Wohnhäuser für Angestellte sowie Wohnhäuser für die Krankenschwestern. Insgesamt verfügte das Sanatorium damals über 152 Krankenbetten. Nach der Übernahme durch die Regierung der Republik China wurde es erst in Sungshan Sanatorium der Provinz Taiwan und 1950 in das Taipeo-Tuberkulose-Krankenhaus umbenannt. 1989 wiederum wurde es in das Amt zur Vorbeugung und Behandlung chronischer Krankheiten der Provinz Taiwan umgewandelt und 1998 zog das Krankenhaus schließlich nach Shenkeng um. Das Sanatorium selbst wurde am 12. Januar 2019 abgerissen, sehr zum Ärger von Denkmalschützern, die vorhatten, am Nachmittag dieses Tages eine entsprechende Petition bei der Stadtregierung einzubringen, denn sie argumentierten, das Sanatorium mit seinen Quarantäneeinrichtungen sei ein wichtiges Zeugnis für die Modernisierung der Krankenversorgung in Taiwan gewesen. Aus dem Kulturamt der Stadt verlautete damals, man wisse um die Bedeutung des Sanatoriums, weshalb das Wohnhaus des Leiters 2006 und ein weiteres Wohnhaus 2018 unter Denkmalschutz gestellt worden seien. Im Oktober 2018 sei eine Begehung des Sanatoriums vorgenommen worden, an der auch drei Mitglieder der Kommission für Kulturgüter teilgenommen hätten, die Einstimmung der Meinung gewesen seien, dass die Sanatoriumsgebäude keinen besonderen kulturellen Wert besitzen würden, weshalb sie nicht in die Liste schützenswerte Gebäude aufgenommen worden seien. Dass die Mitglieder der Kommission für Kulturgüter zu dieser Entscheidung gekommen sind, soll laut den Denkmalschützern jedoch daran gelegen haben, dass man ihnen nicht mitgeteilt hatte, dass es sich hier um ein Sanatorium aus der Zeit der japanischen Kolonisation handelte. Sie sollen nur Materialien aus der Zeit von 1950 erhalten haben, als das Sanatorium in das Tuberkulose-Krankenhaus der Provinz Taiwan umgewandelt wurde. Kein Wunder also, dass sie ihm keine historische Bedeutung beimaßen. Die Anlage umfasste ursprünglich 2,3 Hektar. Die Wohnheime wurden allerdings wohl erst 1935 errichtet, und zwar auf der Grundlage der 1922 vom Generalgouvernement Taiwans erlassenen Richtlinien für den Bau von Beamtenwohnheimen, wobei es Unterschiede in Größe und Ausstattung je nach Rang des Beamten gab. Das Wohnhaus des Leiters des Sanatoriums entsprach dem Standard für hohe Beamte 2. Grades und hatte eine Fläche von etwa 165 Quadratmetern. Insgesamt wohnten hier nacheinander sieben japanische Sanatoriumsleiter in diesem Haus, einer neun Jahre, ein anderer nur ein Jahr lang. Es gibt allerdings keine genauen schriftlichen Aufzeichnungen darüber. Es handelt sich dabei um ein typisch japanisches Holzhaus, dessen Anlage eine Mischung aus japanischen und westlichen Wohnelementen zeigt. Als Besonderheiten können die schirmförmige Decke des Innenraumes sowie die Gestaltung der Säulen am Hauseingang gelten. Sehr schön ist auch ein achteckiges Fenster rechts neben dem Eingang, das wie ein Mosaik aus Gläsern mit verschiedenen Mustern, wie sie für Taiwan typisch sind, zusammengesetzt ist. Ein japanischer Architekt hat bei acht Besuchen hier in Taiwan festgestellt, dass die japanischen Häuser in Taiwan gewisse Unterschiede zu denen in Japan aufweisen, wobei der häufige Gebrauch von runden oder achteckigen Fenstern einer dieser Unterschiede ist. Er stellte auch fest, dass der Unterbau, der die Häuser vor Feuchtigkeit und Thermiten schützen soll, in Taiwan gewöhnlich höher ist als in Japan und darüber hinaus als Säulen für den Unterbau nicht Holzsäulen, sondern Ziegel verwendet werden. Das sind allerdings Unterschiede, die tatsächlich nur ein Fachmann bemerkt. Heute ist im Wohnhaus des ehemaligen Tanatoriumsleiters ein Restaurant untergebracht, während in den anderen Wohnhaus gegenüber Ausstellungen abgehalten werden. Passend zu einem Sanatorium sollen die im Restaurant angebotenen Gerichte den Körper nicht belasten und aus ausgewählten Zutaten hergestellt sein. Allerdings darf man keine kulinarischen Hochgenüsse erwarten. Dafür bietet das Restaurant ein sehr angenehmes Ambiente. Als ich kürzlich das Restaurant besuchte, waren auf den Fenstersimsen Utensilien der japanischen Tee-Zeremonie ausgestellt. Wer keinen Tisch im Voraus reserviert hat, der sollte möglichst schon gegen 11 Uhr eintreffen, wenn das Restaurant seine Türen eröffnet. Man kann dann die Zeit, bis das Essen frühestens um 11.30 Uhr serviert wird, mit einem Spaziergang im Garten des Hauses verbringen, wo alte und hochgewachsene Bäume einen angenehmen Schatten spenden. Wie in vielen denkmalgeschützten japanischen Häusern muss man auch hier beim Eintreten die Schuhe ausziehen, weshalb man unbedingt Socken mitbringen sollte. Wie eingangs erwähnt, befindet sich dieses Restaurant nicht weit von der MRT-Haltestelle Kunjang der blauen Linie entfernt.